Musik 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 Diejenigen, die Wohnungen haben im großen Stil und auch die Immobilienleute, diejenigen, die hier vor Ort sind und investieren, die muss man mit an den Tisch kriegen und ihnen klar machen, gesellschaftliche Auseinandersetzungen sind Kosten sozusagen alle. Und sie sollen mit an Lösungen arbeiten, denn es geht nur sozusagen im gesellschaftlichen Konsens. Sonst hat man diese Auseinandersetzung und hat an einigen Ecken eine Handlungsmöglichkeit, aber das, was dem Missstand zugrunde liegt, regt man sonst nicht in den Griff. Musik Musik Wir müssen dafür sorgen, dass wir unsere eigenen Flächen auf keinen Fall mehr verkaufen, privatisieren. Wir müssen versuchen, auch Instrumente wie das Planungsrecht intensiver zu nutzen, um auch private Grundstückseigentümer stärker auf die Entwicklungsziele der Stadt zu verpflichten. Und wir müssen uns an den bundespolitischen Diskussionen intensiv beteiligen, die ja die Möglichkeit eröffnen, die Besteuerung von Boden neu zu regeln, Spekulationen einzudämmen. In Berlin haben wir die Situation, dass diese Spekulation Stadtentwicklung bremst. Und damit das aufhört, müssen wir den Spieß umdrehen. Wir müssen die Spekulation bremsen. Musik Wir brauchen eine Bodenwertsteuer. Eine Steuer, die den Bodenwert und Knappheit des Bodens in den Fokus nimmt und die sozusagen darüber Flächen mobilisieren hilft. Musik Auf diesem Forum unter dem Thema Boden sehen wir, dass gerade wenn es um liegenschaftspolitische Fragen geht, dass da die Finanzverwaltung an vielen Punkten sogar eine Anstoßfunktion haben kann, dass sie auch ganz wichtig für die Umsetzung ist. Aber die Ziele können ja ohne, dass es ein Zusammenwirken mit der Stadtentwicklungsverwaltung gibt, nicht vernünftig definiert werden. Für mich das wichtigste Ziel ist, dass es auch in der nächsten Generation noch möglich ist, dass jemand mit einem durchschnittlichen Einkommen in Berlin eine Wohnung bezahlen kann und nicht nur ein Zimmer. Musik Den Erwartungshorizont der Spekulanten, der muss unbedingt enttäuscht werden. Für wen wird überhaupt noch hier gebaut in Berlin? Und ich möchte einfach nochmal daran erinnern, dass wir nicht zwei oder drei Erden haben. Musik Ich denke, es gibt ganz viele gemeinwohlorientierte Akteure auf dem Bodenmarkt. Es sind aber in den vergangenen 20, 30 Jahren auch ganz viele verschwunden. Denken Sie mal an die Bahn, die Post, die Gemeinnützungen, Wohnungsbaugesellschaften. Ich glaube, es ist sicherlich auch eine gesamtgesellschaftliche Frage, da wieder stärker Player zu installieren. Musik Wir glauben, dass Zivilgesellschaft einfach ein lebendigeres Stück Stadt schaffen kann. Was wir auch brauchen, ist eine Stadt, in der was geschieht, in der sich Bürger engagieren. Also Stadt eigentlich als lebendiger Ort des Wohnens und nicht Stadt als Betonwüste und viele Häuser. Deswegen glauben wir, dass Zivilgesellschaft heute auch aufgefordert ist, wirklich einzufordern. Wir wollen unseren Teil von der Stadt haben. Musik Die wenigen Immobilien, die wir jetzt tatsächlich noch im Landeseigentum haben, die betrachten wir jetzt sehr genau und überlegen uns auch sehr genau, wie wir sie nachnutzen wollen. Das ist aus meiner Sicht wirklich der wichtigste Punkt, wo eine Änderung stattgefunden hat, die wirklich für die Stadt unerlässlich ist. Musik Ich denke einfach, dass wir immer das Grundsätzliche noch mal im Kopf behalten müssen, dass wir Zugang zu Raum brauchen, dass er niederschwellig sein muss, dass Raum verfügbar sein muss und dass gesellschaftlich das Thema Boden verhandelt wird, halte ich für so total wichtig, weil ganz viele Leute wissen gar nicht, wie abhängig sie sind vom Thema Boden. Und deswegen mache ich mich da total stark, dass es auch eine gesellschaftliche Debatte wird. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020